hattest du ich habe keine spezielle von dir ich habe keine von der so alles eingesammelt ne eben nicht ja aber ich habe keinen platz mehr gehabt das liegt doch alles hier ja du sammelst es doch gerade siehst du nette siehst du nett was ist hier drüben hier drüben kommt zurück kommt zurück hier das eine melone ist hier da ja genau und hier hier sind ja spitzhack und co hast du jetzt alles ja gut ich habe gar nichts gesehen davon ja das war bei mir gestern auch das wenn du neu reinkommst glaube ich dann sind sie weg liegen sie nicht mehr da ich wollte ja stopp zaubermann heißt naja ja alles fit Möp, 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 möp. Sicher? So viele Cobblestone. Habt ihr jetzt weiter gegraben? Ich hab einen Cobblestone-Rausch. Da oben kommt's raus. Ich weiß nicht, sollen wir den Eingang von dieser... Oh, Creeper hinten. Siehst du es? Oh, fuck. Siehst du es? Willst du mir helfen? Das wird hellen, das wird hellen. Nein, lass den doch. Nein, nein, nein. Der explodiert dann beim Glas. Wir müssen da eine Fackel einsetzen. Bei meinem Glück würde der beim Glas explodieren. So, hier müssen wir jetzt noch irgendwie drei... ...nach oben kommen. Sollten wir hinkriegen. Hä, was war denn das jetzt? Achso. Ich denk grad, hä? Dämliche Schrift. Mach mal da Dreck her, den Waypoint. So. Äh. Andy, nimm mal die Sachen auf, die da rumfliegen. Ich hab keinen Platz mehr. Nee, erstmal schick den Stone rein. Hier haben wir doch jetzt unser Lager. Oder erstmal zwischen... ...Lager, ne? Ich bin gut, Mann. Ups, das kann der wieder weg. So. Lager, jetzt schon mal meine Sachen rein. Auf, wie ein paar Sachen. Juhu. So, Daniel, ich muss jetzt weg. Ich hab euch beim Graben geholfen, ich bin gut. Legt die Sachen noch in die Kiste hier irgendwo. Ach ja, stimmt. In irgendeine Kiste. Links hat's Kisten. Pflanzt da irgendwo einfach dein ganzes Zeug rein. Nicht, dass wir da gleich, dass die Sachen fehlen. Das ist blöd. So, ich will jetzt nach dem Creeper hier den Chaos machen. Ich hab jetzt nichts mehr. Äh, wir heben hier gerade noch geschwind den Boden aus, oder? Können wir danach auch fertig machen. Für diese Aufnahme. Hm. Und da war er weg. Das ist ja schon mal draußen bleiben. Das ist echt wie so ne... Das ist wie so ne Stand-Up-Comedy. So. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lars, schwing dich nochmal ins Spiel und leg deine Sache ab. So, ich hab schon lange gesagt. Ich hab's jetzt noch und, ähm, macht nix kaputt. Ja, wisst schon, ne? Ja, ja, das ist deine Aufgabe. Meine Aufgabe. Boost. Warum meine Aufgabe? Versteh ich nicht. Mach's mir jetzt Gedanken. Tschüss. Ciao. Äh, so. Der Creeper ist wieder weg. Hast du den noch weggescheucht, Niklas? Ich hab gar nichts mehr gemacht. Die sind wieder weg, die Viecher. Lol. Ich leuchte da mal aus. Nicht, dass da wieder was spawnt. Können wir nicht gebrauchen. So, der Boden ist ausgehöhlt. Ich pflanze, ich geh jetzt hinter den Bunker und dann mach ich Aufnahme. Stopp, 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 stopp. Sind wir ja soweit mal durch. Ähm. Das Geräusch passt mir jetzt gerade mal so gar nicht. Gerade dieses Tischgeräusch vom Creeper. Ne, ne. Wir können dann später die Lage wieder zusammenführen, dass alles an einem Platz ist. Irgendwann mal, wenn wir mal lustig sind. Gut. So. Ende der Aufnahme. Hast du noch letzte Worte, Niklas? Ne. Gut. Gut, dann. Cut, 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 cut. Yay, Annie, auf geht's. Muss ich mal noch. Hast du jetzt, äh... Ich hab jetzt deine ganzen Items. Ja, weil mein Hund dich getötet hat. Richtig, warte. Hier ist deine goldene Axt. Übrigens sind die Gold-Exte scheiße, wollte ich nur kurz anmerken. Warum? Äh, weil die sehr schnell kaputt gehen. Naja. Da liegen noch deine Sachen, die du verloren hast. Schmeiß dich da hin. Oh je. Die gehen schneller kaputt als Eisen. Die gehen schneller kaputt als Eisen, ne? Ja, dann nehmen wir lieber noch ein Eisen. Ich mach mir ein paar. Ich mach mir ein paar. Ah, lass das. Mach das wieder rein. Ich hab schon. Hm. Gut. Mach mal ein paar. Ich mach, ja, eben. Machst du auch Rüstung der gleiche oder wollen wir erst raus? Nö, erst. Rüstung können wir später machen. Okay, Axt. Du kannst mir mal noch ein paar Sticks holen, vielleicht. Ein paar Sticks? Wir haben, glaube ich, kaum noch welche. Ja, das waren alle. Aber ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf Axte. Reicht, oder? Reicht, ja. Okay, hier hast du. Auf dem Boden. Auf dem Boden liegen welche. Auf dem Boden, vor dir. Yo. Also, auf geht's. Liegen hier oben noch Sticks drin? Nee, natürlich nicht. Ah, wir wollten noch kurz die Öfen hier abbauen. Fahre ich mir noch kurz zu. Also, da sind liegt nämlich noch Kohle drin. Du kannst es mal aufsammeln. Ich mach die grad weg. Und dann wieder einordnen. Also, die Öfen sind in der Mitte in der Kiste und die Kohle weißt ja, wo die ist, ne? Eindeutig. Langsam. So. Auf geht's. Lala. Du hast mir so viel Müll gegeben, auch Steine und auch. In die Mitte, in die Kiste kommen die Öfen. Das weiß ich. Da hab ich keine. Doch, hab ich. So, dann hab ich hier noch ein bisschen Kohle. Ach, guck mal. Wir haben doch noch genug Kohle. Kohle ist hier drüben. Du musst erstmal die ganzen Stacks an Erde hier reintun, die du mir ätschischerweise... Aber wir sollten, wir sollten vielleicht noch was zu futtern mitnehmen, wenn wir da ne leckere Holzingtour machen. Oh ja, das ähm... Ach ja, hier hat so 64 Melönchen. Ja, ich mach ein bisschen Brot noch. Äh, wir könnten noch kurz ein paar Steaks grillen. Ist hier noch irgendwo Kohle drin? Klatsch direkt machen, ich will hier mal... Ja, klatsch mal. Im, im unteren, im unteren Ofen muss Kohle rein. Ich mach in der Zeit mal Brot. So, einmal so, einmal so, einmal so. So, Brot. Brot hab ich 16 Stück und hier unten, ich mach da kurz die Kohle rein. Ich nehm' Holzkohle, wenn wir da... Ja, wir haben noch Holzkohle, ich nehm' die Holzkohle dafür. Wollen wir nicht die gute Kohle verschwenden. So, warten mal kurz, bis das fertig gebrutzelt hat und dann sind wir eigentlich gut ausgerüstet. So, stecken wir mal hier die ganze Kohle noch mit rein, ne? Jupp. Dann haben wir alles. Wir könnten uns eigentlich, wir könnten uns eigentlich mal ne Müllverbrennungsanlage anschaffen. So, mit so nem kleinen Lava-Dings. Wenn wir das nächste Mal Lava finden... Können wir uns da welche holen, da können wir uns hier mal so nen Part machen, wo wir die Teile einfach reinwerfen können. Was machst du? Ich... Was suche ich eigentlich? Kohle. Ja, haben wir noch Werkzeugmäßischen Schwert. Das werden wir dann nachts von Tom B. angegriffen, oder Bett, wollen wir mit nem Bett mitnehmen. Da hat's noch ein kaputtes... Ein Bett, äh... Ja gut, es ist grad dunkel, ich weiß nicht. Äh, wir werden uns hier nicht so arg mega weit entfernen, denk ich mal. Naja, dann. Geh mal erstmal aufwärts pennen, ha? Gott. Ist nämlich grad... Dann haben wir noch schnell ein Schwert für uns. Das ist nämlich grad... Das wir dann mal in der Wildnis sind und dann angegriffen werden, dass... Ach nee, wir haben keine Sticks mehr. Ja. Du kannst aber welche machen, wir haben noch Holz. Noch ein bisschen. Der klägliche Rest. Bin! Wow! Ja genau, ich sag ja, der klägliche Rest. Sag mal, hab ich die Monsters wieder angemacht, oder warum sind hier keine? Doch, da hinten fleuchtet etwas. Eine Spinne ist das, glaub ich. So. Ne, das ist ein Huhn. Verdammt, hab ich die Monster vergessen anzuschmeißen. Nach dieser blöden Adventure-Web. Ne, hast du nicht. Ich hab's ja gehört. Ah ja, stimmt. Dort hinten... Ja, hier sind auch Creeper. Die sind nur nicht um unsere Hütte rum. Bist du fertig? Sofort. Wie viel? Machen wir mal zwei reichen, oder? Wir hoffen mal, dass ich nicht zu viel angegriffen habe. Naja, zwei Schwerter. Ich hab noch ein halb kaputtes. So. Ich mach mal hier das ganze Rest wieder zurücklegen und dann... Hast du noch eine angebrauchte Eisenspitzhacke, die fast kaputt ist oder sowas? Ne. Okay, gut. Aber du hast meine Diamant-Pickaxe noch, glaub ich. Yo. Ah, verdammt, Niklas hat die andere. Aha. Es ist immer, ne? Moment, hat er die nicht hinten. Die hat er doch hinten abgelegt. Der hat doch seinen ganzen Inventar hinten abgelegt. Der musste dort hinten sein. Ne, das war ich. Ja, er auch. Wenn wir halt nochmal hinter stehen. Hab ihn ja extra drauf angesprochen. Mensch. Oh, hast du was zu essen mit? Ja, ne? Ja, ja. Brote und die Steaks, die sind schon am brutzeln. Sind bereits am brutzeln in unserem schönen Lager. Ne, das ist die verbrennen. Das wäre natürlich schön blöd. Das wäre natürlich schön tödlich. Natürlich nicht. Ja, aber fast. Wenn uns dann was angreift, wäre es tödlich. Ah. Wupp. Wupp. Wuuuuh. Der hat Atemprobleme. Ja, hier ist noch eine drin. Yay. Hier sind noch ganz viele Sachen drin. Wo bist du, Annie? Da. Hier, guck. Die erste Kiste hier. Die da. Kannst mal komplett leer machen am besten. Weil dann bringen wir mal alles hinter. Ich nehme jetzt auch hier alles mal mit. Das hat hier alles eh nichts mehr verloren. Dann können wir doch die Kiste direkt mal aufmachen. Hier, guck mal. Das hier kannst du auch mitnehmen. Wenn du noch Platz hast. Hier ist nämlich auch noch was drin. Ich bin die ganze Kiste. Und der hier? Ja. So, hast du noch Platz? Ähm. Es hat noch mehr. Aber noch viel mehr. Da müssen wir noch ein paar mal laufen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen noch mal laufen. Ja. Bleibt das hier? Werden wir das jetzt hier einfach fliegen lassen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir sollten noch mal eine Kiste. Mach die, äh, ja. Leg mal ein paar Sachen in die Kiste, die du grad hast. Und dann nehmen wir erstmal das mit, was hier so rumfliegt. So. Mö, das ist Splatter. Uuui. Doch was da? Kisten, ja. Da oben klemmt noch eine Kiste. So. Mal gucken, was ich jetzt hier noch mitnehmen kann. Das, 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 das. Für was werden wir später und dann die Blätter benötigen? Die waren für den Baum gedacht. Die können später, die können wir später in den Baum hochbringen. Oder in Lava werden, dann, wenn's da ist. Ja, entweder. Okay. So, jetzt müssen wir wieder ganz vorlaufen. Jupp. Wir laufen dann grad noch mal und dann rollen wir das hier grad das mal auf. Bezeit, dass, die Bahn, ja. Man kann ja jetzt auch... Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Eisen und Gold verschwenden. Das brauchen wir dafür nachher noch. Für die Kiste, äh, für die, für die... Oh, da brauchen wir nachher auch noch Holz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sag doch mit drei, vier Stacks. Wir brauchen noch sehr, sehr, sehr viel Holz. Ja, so, ja, gut, dann... Oh je, die erste Höhle nach Ristourcen sammeln, die letzte Holz. Oh Gott. Zehn Stacks, würde ich mal sagen. Zehn Stacks, normales Holz, dann sollt es reichen. Aber wenn wir auf Lager holen wollen, dann zwölf, dreizehn Stacks. Äh. So, die Sticks sind fertig. Ich kann sie jetzt natürlich nicht nehmen, ich Depp. Ah! So. Ach, zum Teufel. Erstmal alles ablegen hier. Ich weiß noch, Kohle. Das Blätterzeug rein. Äh, fragst mich Sachen. Packt das mal bei... Ne, es gibt Zepplings. Zepplings gibt es. Hier. Packt das da mit rein. Am besten oben. In die obere. Das ist nämlich noch nichts drin. So, dann lege ich mal eben den Kies und den ganzen Scheiß ab. Sand und Kies und was wir alles so haben. So. Pisten seien die auch in den Mittleren. Jupp. Stein, habe ich noch. Pflasterstein. Ups, da ist voll. Letzlinge kann ich hier. Obwohl, die können wir direkt vor Türen mit verschauen. Das ist wie blutrünstig du heute bist. Können wir verschauen. Ender. Was ist denn eine Enderperle?